Der Abgabedruck im Tech-Sektor hält an. Man wartet auf die Ergebnisse von insbesondere Nvidia nach dem Closing am Mittwoch. Gleichzeitig melden an dem Tag dann auch HP, Salesforce, CrowdStrike und NetApp. Am Donnerstag folgen Autodesk, Best Buy, Dell und Marvell Technology. Die Aktien von Supermicro stehen unter Abgabedruck. Der Short-Seller Hindenburg Research hat einen Leerverkauf etabliert, der Vorwurf, es gäbe vermutlich Bilanzmanipulationen. Supermicro also führt die Verliererliste im AI-Universum heute an. Abgesehen davon sehen wir bei JD ein großes Aktienrückkaufprogramm von 5 Milliarden Dollar. Und PDD immer noch keine Erholung nach dem deutlichen Kurseinbruch. Der Firmengründer hat an diesem Montag etwa 14 Milliarden Dollar an Vermögen auf Papier verloren. Er ist jetzt nur noch der viertreichste Mann Chinas. In den Handelstagen vor Bekanntgabe der Quartalszahlen tendieren die Aktien von Nvidia meistens ein bisschen schwächer. So war es in den letzten Jahren und so ist es auch in dieser Woche. Man wartet also ab, obwohl die Analystenstimmen anhaltend positiv ausfallen. Heute äußert sich Truist zu Nvidia positiv, hebt das Kursziel von 140 auf 145 Dollar an und man bleibt bei der Kaufempfehlung. Man geht außerdem davon aus, dass die Gewinne von Nvidia, die Ertragszahlen also weiter an Dynamik gewinnen werden. Die Aktien von Supermicro stehen verstärkt unter Abgabedruck. Hindenburg Research, ein bekannter Short-Seller an der Wall Street, hat bekannt gegeben, dass man Leerverkäufe auf die Aktie etabliert hat. Es geht um den Vorwurf von Bilanzmanipulation. Das Unternehmen hat sich unmittelbar nach Bekanntgabe des Berichts noch nicht geäußert. Supermicro jedenfalls an der Wall Street unter Abgabedruck. Bleiben wir im Tech-Universum. Apple bekommt einen neuen Finanzvorstand. Der aktuelle Finanzvorstand Luca Maestri ist seit 2014 Finanzvorstand, hat ein sehr gutes Image bei Investoren. Die Bruttomargen von Apple wurden unter ihm um 7 Prozent ausgeweitet. Man muss allerdings sagen, dass der Nachfolger Kevin Parekh, der ebenfalls schon seit elf Jahren bei Apple an Bord ist, auch einen guten Ruf genießt. Er wird im Januar dann die Zügel übernehmen. Die meisten Analysten, die City, JP Morgan und die KeyBank, gehen davon aus, dass die Nachricht an sich erstmal ein kurzfristig leicht negativer Faktor ist für die Aktie, weil Maestri einen so guten Ruf hatte, aber am Big Picture ändert sich hier letztendlich gesehen nichts. Der neue Finanzvorstand ist lange an Bord. Es ist eine interne Lösung und der Übergangsprozess dürfte dementsprechend auch einfach sein. Man darf außerdem nicht vergessen, dass am 9. September die neuen iPhones vorgestellt werden. Auch upgedatete Versionen der Apple Watch und der Airpods werden vorgestellt. Und normalerweise tendiert die Aktie in dieses Ereignis hineingehen eher etwas freundlicher. Aber nochmal, die Ergebnisse im Tech-Sektor in dieser Woche, da kriegt der ein oder andere kalte Füße, zumal diese Aktien ja auch sehr gut gelaufen sind seit dem Tief im August. Wir haben also Salesforce, CrowdStrike, HP, NetApp, Nvidia, Autodesk, Dell, Marvell, die alle Zahlen melden werden am Mittwoch und am Donnerstag. Bei Salesforce herrscht an meisten Zurückhaltung. Es gibt hier immer wieder Stimmen, dass vor allen Dingen das Wachstum im zweiten Halbjahr enttäuschen könnte. Das waren auch Analystenstimmen heute von Barclays. Hier geht man davon aus, dass das zweite Quartal, das abgelaufene Quartal, also keine großen Überraschungen bringen wird. Aber es gibt wenige Katalysatoren für das zweite Halbjahr. Und abgesehen davon sind die Vorjahresvergleiche schwierig. Man bleibt trotzdem bei Übergewicht und einem Kursziel von 305 Dollar. Ja, Apple habe ich schon angesprochen. Die Kursziele werden bei den meisten Analysten beibehalten. Die City 255 Dollar. Wir haben die KeyBank, die bei Halten bleiben bei der Aktie Piper Sandler. 225 Dollar Kursziel. Also im Großen und Ganzen hält man an den Kurszielen fest. Lululemon wird diese Woche auch Zahlen melden, genauso wie Nordstrom heute Abend. Gap wird Zahlen melden. Die Einzelhändler stehen also vereinzelt auch mit im Fokus. Tidi Cowen betont, dass die Messlatte für Lululemon mittlerweile sehr niedrig hängt. Es besteht die Gefahr, dass die Aussichten für das zweite Halbjahr auf der Ertragsseite noch mal reduziert werden. Aber das haben wir von vielen anderen Analysten auch gehört. Dürfte eine so große Überraschung entsprechend eigentlich nicht mehr sein. Und Tidi Cowen betont, Lululemon, das Management, hat viele Stellschrauben, die man bewegen kann. Angefangen beim Design, beim Material, beim Marketing, bei der Strategie und Kapitalallokation. Also in anderen Worten, Lululemon könnte hier eventuell auch überraschen. So, also Lululemon, wir haben Ferrari. Morgan Stanley hebt das Kursziel von 400 auf 520 Dollar an. Das ist jetzt das höchste Kursziel an der Wall Street für Ferrari. Sprechen wir über China Tech. Die Aktien von PDD hat es gestern deutlich getroffen. Ein Kurseinbruch von rund 30 Prozent. Der Firmengründer hat auf Papier ein Nettovermögen von 14 Milliarden Dollar verloren. Mit 35 Milliarden ist er jetzt der viertreichste Mann Chinas. Wir sehen noch immer keine wirkliche Erholung. Vor allen Dingen sehen wir, dass die Analysten fast alle auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Barclays senkt das Kursziel von 224 auf 158. Bleibt bei der Kaufempfehlung. Die Analysten bei Benchmark bleiben. Bei der Kaufempfehlung senkt das Kursziel auf 185. Die Bank of America bleibt bei der Kaufempfehlung und senkt das Kursziel auf 170. In anderen Worten, alle diese Analysten haben das, was gestern passiert ist, nicht kommen sehen. Jetzt die Kommentare dazu. Benchmark betont. Bisher war die Story bei PDD immer Beat und Race. Also in anderen Worten, die Schätzungen wurden immer geschlagen und die Aussichten angehoben. Das hat sich jetzt verändert. Wobei sich das fundamentale Umfeld bei PDD, das sei nicht gebrochen und die Kursreaktion sei eine Übertreibung. So die Analysten von Benchmark bei der Bank of America senkt man die Ertrags- und Umsatzschätzungen für die Fiskaljahre 24 bis 26. Betont aber auch, die Aussichten des Managements seien sehr konservativ. Also die Messlatte wurde bewusst sehr niedrig gehängt und man dürfe nicht vergessen, PDD performe immer noch besser im Branchenvergleich und im Vergleich zum direkten Wettbewerb. So, bei Chinatec werden wir aber immer noch Zurückhaltung sehen. Morgen werden die Zahlen von Mai Chuan gemeldet. Nach den schlechten Zahlen von PDD wird man hier also erstmal abwarten, ob das ein einzelnes Phänomen war, bezogen auf PDD, oder ob die gesamte Branche weniger Wachstum sieht. Wir haben bei JD die Meldung außerdem eines großen Aktienrückkaufsprogramms über 5 Milliarden Dollar. Die Aktie war zeitweise fast 5 Prozent im Plus an der Wall Street, hat aber einen wesentlichen Teil der Kursgewinne wieder abgegeben. Ich finde eine Aussage noch ganz interessant und zwar die von BHP. BHP, einer der ganz großen Rohstoffkonzerne, hat sich zur Weltwirtschaftslage geäußert. Man geht immer noch davon aus, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr und im kommenden Jahr um über 3 Prozent wachsen wird. Leicht über 3 Prozent, so BHP. Also in anderen Worten, man sieht keine Rezession und man rechnet mit einer Erholung der Stahl, der Kupfer- und der Nickel-Nahfrage in den OECD-Ländern. Welches Land, großes Land, wird am meisten wachsen? Indien soll hier weiterhin Spitzenreiter bleiben. Also normalerweise gerade auch im Umfeld von Zinssenkungen, weil die Rohstoffgiganten sehr kapitalintensiv sind, müssten hier profitieren. Und die Aussagen von BHP deuten darauf, dass sich das Nachfrageumfeld eher wieder verbessern wird. Ja, die Aktien von Kava Group sind heute Morgen unter Abgabedruck. Hier wurde bekannt, dass Top-Manager, unter anderem auch der CEO, eigene Aktien verkauft hat auf das Unternehmen. Kava-Aktien also, hier Insider-Verkäufe. Die Meldung setzt den Wert unter Druck. Vielleicht noch eine ganz interessante Meldung zu Nike. Die Aktie hat sich in den letzten Wochen ja so ein bisschen erholt. Es gibt ja einige Ereignisse, die für die Aktie kursbewegend sein könnten. Und zwar, so berichtet Bloomberg, plant Nike mit einer Reihe von Sportlern in China auf Tour zu gehen, um die Nachfrage in der Region anzukurbeln. Wir haben am 10. September das Aktionärstreffen. Wir haben da also die Hauptversammlung, dann Ende September die Ertragszahlen und dann am 19. November den Analystentag. Also es gibt einige Katalysatoren, die die Aktie mitbewegen könnte. Da also vielleicht ein ganz guter Hinweis, den Wert mit im Auge zu behalten. Und die Bank of America, die Aktie hier, hat ja immer wieder unter der Meldung gelitten, Warren Buffett baut seine Anteile an der Bank of America ab. Das Wall Street Journal in der Heard on the Street Kolumne schreibt, dass, naja, also die jüngste unterdurchschnittliche Performance der Aktie könnte für Investoren auch eine Einstiegsgelegenheit sein. Der Titel Buffett selling Bank of America may be you should buy it. Also die Meinung, ein Bericht im Wall Street Journal. So jetzt wünsche ich noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Bis dann.